Jetzt ficken wir alle weg, uah Wo wir müssen, wenn, äh, wenn wir sehen, dass der uns killt, müssen wir diese Richtig-Card anschreien Hallo? Hallo? Dennis? Ah, da Wenn der, wenn der uns killt, müssen wir den Richtig-Card anschreien, du Huren-Song Ist jetzt grad... Vorbereitung? Ja, alles vorbereitet Macht euch bereit! Wir starten gleich den Einsatz! Hey, ich bin auf dem Weg dahin! Ah, ignoriert das! Ich bin hier! Oh, ja, guck mal! Wir landen! Startet das Spiel mit 9 Minuten! Ja, wir landen, blöd! Keine Ahnung! Wir landen, blöd! Keine Ahnung! Boah, ist das laut! Boah, ist das laut! Oh, viel besser! Hier, hier, wohin? Ja, ja, da Ja, ja, da Der Ort wird genügen! Der Ort wird genüge Ja, da Hier, der Ort wird genüge Ja, der Ort wird genüge Ja, das ist Ja, der Ort wird genüge Der guckt mich hier schief nicht! Ich habe die Freigabe für alle Ziele! Ich werde ihn nicht beschossen! Hi Dennis! Hi Dennis! Da kommt noch einer! Du bist noch nicht tot, Partner! Oder bist du das? Ich... Ich habe doch schon eine Rutschminein gelegt! Hör, ihr hattet schon eigene Waffen? Ah ne, sah so aus! Ja, eigentlich müsste das relativ schnell gehen mit eigenen Waffen! Und Flori fandest du das guter Existen von mir her, ne? Weil das ficken wir! Ich sehe eigentlich noch am Leben! Ha ha ha! Ich nehme glaube ich meine Grau oder so... Weil da habe ich voll geladen! Von Geist! Dann nehme ich lieber eine MP7, die scheiße ist, aber... Wir sind in der Sicherheitszone! Gleich geht es hier heiß her! Das Ding ist halt Munition, ne? Ja! Ich habe hier eine MP7! Ich kann auch mit der MP7 spielen, warum? Ich hab jetzt weiter! Okay, dann kann ich noch die Bones gehen! Danke! Kannst du mir ein bisschen Muni walken? Ein bisschen walken! Mittleres Kaliber hier! Ne, sechs Schuss haben wir das Ding, ich glaube! Los, los, los! Oha, die gönnen hier aber Platten, ne? Ja, ich habe vier Stück schon! Ich bin gerade jetzt schon voll! Wenn wir rum in den Win, dann können wir sagen, Florian ist schlecht! Der Ende! Was soll ich denn? Ich bin auf den 9! Ich weiß nicht, ob die Pin heute besser ist! Hast du Geist dabei? Oh hier, die Platte! Ich bin auf den 9! Ich bin hier mit dem 9! Ich bin hier mit dem 9! Oh, das soll ich nicht fahren! War hier schon einer! Oh! Haha, ich hoffe! das hätte noch eine krio machen können wir warten jetzt bis das kopf weg ist zeit abgelaufen wir haben das ziel verloren ich hab den einen schon in der luft 49 meter hinter uns einer als k.o. zu zweit Auch K.O. War es da? Von links. Deutsche. Ja, wir spielen ja nur mit dem. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Nein, nein, das nicht. Der hat geconnt. Hier oben steht direkt tot. Ge merder Kunio! Hier waren wir doch gerade eben. Feindliche Drohne über uns! Du kommst zum E-Floh, wenn du... Ich f*** die sofort, Alter. Warum haben die keine MPs, die Deutschen? Das ist schon... Oh, die scheiß Clio, aber... Ekelhaft. Ekelhaft gebaut. Aber die... Alter, die Grau hat kein Rückschluss gar nicht. Der Feind nähert sich! Ey, das ist, das ist... Das ist Florian. 26 Meter. Wo? Was? Da... W- Wie das ist jemand, das geil da ist! Äh, warum die soll da nicht, Alter? Lass mal hier weg, hier. Ich hab' 5, aber... Ich hab' 5 schon. Ja, doll. Lass mal hier Schäfer kommen. Geh' dort. Hier ist ein Händler. Kauft euch Vorrat. Her damit! Ab in die Sicherheitszone. Ja, Top 7 ist schon drin, Alter. Waren die bis jetzt noch nicht? Ich bin mal gespannt, wie die anderen sind. Einer hat mir sogar zugeguckt, grad so. Wir gucken gerade 30. Vorne, vorne, rechts. Hier, rechts. Rechts, ja. Hier, vor. Ja. Da oben. Hier! Hier, rechts! Hier, rechts! Hier, rechts! Hier, rechts! Hat er ne MP gehabt, ne andere? Äh! Nee! Alle mit Kragen, also wie, ne? Kommt hier... Da kommt... Genau! Ich hab das Ding! Zähn sind noch übrig! Nicht nachlassen! ein bisschen guuuut drop mir Geld, drop mir 4000 jetzt oh ich hatte ja 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 verbündete Drohne ist in der Luft, Radarsuche wird gestartet hier gehts lang das sind alle glaube ich sind drei Stück ja ja das neue Sicherheitszone gefunden ah das tut gut oh man alter wieso wir dein Team nicht gefüllt haben was einfach weil wir gewinnen wollen ganz einfach weil wir einfach besser sind ja haben wir sein Team gekillt oder was ja scheinbar da hinten da hinten da hinten da hinten gleichmarker hi Booty genau da sind zu zweit da ist noch einer da hinten ist Sheetbrake sie sind da im LKW ich habe hier ein Platz da hinten das 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 Hei wir sind in der Sicherheitszone gleich gehts hier heiß her Weil ich den Schildblick geschossen habe, aber ich habe keine Muni gefasst, mei. Hier liegt so viel... Zwei ging zum. Nibros ist hier auch noch. Ah, perfekt. So. Tot. Das holen wir jetzt. Das holen wir jetzt. Zwei gegen eins, ne? Cheat, Frank! Guys! Also. Uh. Ah. Ja, du hast mir bei uns im Kiel gesehen, ne? Ja, du hast mir bei uns im Kiel gesehen, ne? Nicht nur mit dir. Nicht nur mit dir. Nicht nur mit dir, nicht nur mit dir. Scheiße, sechs Sekunden. Uuuh. Komm, der geht jetzt. Ach, oh man. Ach, scheiße. Ich bin mit dir. Na, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Jaaa, komm, Mann. Hey, hey. Ich bin mit dir. Zebtex des Todes, Mann. Wie geil, Alter. Ich hab mich auch so gewonnen, was der fack, nie. Alter, ey. Alter. Nee, alter. Wow, auf jeden Fall nice, Mann. Ich bin so nice. Ja, wer geht schon? Wollen wir mal was machen? Wir verlassen oder was?